Ich begrüße Sie bei Melli s Immobilien. Thema heute, warum einen Makler beauftragen. Einen Immobilienmakler zu beauftragen, bringt in vielen Situationen erhebliche Vorteile mit sich. Immobiliengeschäfte sind komplex und zeitaufwendig, und die Expertise eines Profis kann den Unterschied zwischen einem stressfreien, erfolgreichen Verkauf oder Kauf und einem mühsamen, fehlerbehafteten Prozess ausmachen. Hier sind einige wesentliche Gründe, warum es sinnvoll ist, einen Immobilienmakler zu beauftragen. 1. Marktkenntnis und Expertise Immobilienmakler verfügen über tiefgehende Kenntnisse des lokalen Immobilienmarktes. Sie sind in der Lage, den Wert einer Immobilie realistisch einzuschätzen, indem sie aktuelle Markttrends und vergleichbare Verkäufe in der Umgebung berücksichtigen. Dies ist besonders wichtig, um einen fairen und marktgerechten Preis zu bestimmen, der sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer attraktiv ist. Ohne diese Expertise besteht das Risiko, eine Immobilie zu teuer oder zu günstig anzubieten, was den Verkaufsprozess erheblich erschweren kann. 2. Breites Netzwerk Makler haben Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von potenziellen Käufern, Verkäufern und anderen Immobilienmaklern. Dieses Netzwerk ermöglicht es ihnen, schneller und gezielter geeignete Käufer oder Immobilien zu finden. Insbesondere in einem engen oder hochpreisigen Markt kann dieses Netzwerk entscheidend sein, um den richtigen Käufer zu erreichen, der bereit ist, einen fairen Preis zu zahlen. 3. Zeitsparnis Der Kauf oder Verkauf einer Immobilie ist ein zeitintensiver Prozess, der viele Aufgaben und Details erfordert. Ein Immobilienmakler übernimmt die Koordination von Besichtigungen, beantwortet Anfragen von Interessenten und leitet die notwendigen Verhandlungen. Dies entlastet den Verkäufer oder Käufer, sodass diese sich auf andere Dinge konzentrieren können, während der Makler erhebliche organisatorische und administrative Aufgaben übernimmt. 4. Verhandlungsgeschick Erfahrene Makler sind geschickte Verhandler, die wissen, wie sie den besten Preis für eine Immobilie erzielen oder einen fairen Kaufpreis aushandeln können. Sie haben das nötige Fachwissen und die Erfahrung, um die Interessen ihrer Klienten bestmöglich zu vertreten und dabei auch schwierige Verhandlungssituationen erfolgreich zu meistern. 5. Rechtliche Sicherheit Immobiliengeschäfte sind oft mit komplexen rechtlichen Anforderungen verbunden. Ein Makler sorgt dafür, dass alle erforderlichen Dokumente korrekt ausgefüllt und eingereicht werden. Er stellt sicher, dass alle rechtlichen Schritte ordnungsgemäß durchgeführt werden, wodurch das Risiko von Fehlern und daraus resultierenden rechtlichen Problemen minimiert wird. 6. Professionelles Marketing und Präsentation Makler wissen, wie eine Immobilie optimal präsentiert wird Sie nutzen hochwertige Fotos, virtuelle Rundgänge und ansprechende Exposes, um die Immobilie ins beste Licht zu rücken. Darüber hinaus wissen Sie, welche Marketingkanäle am effektivsten sind, um die richtige Zielgruppe zu erreichen. Dies erhöht die Sichtbarkeit der Immobilie und kann den Verkaufsprozess erheblich beschleunigen. 7. Neutralität Ein Immobilienmakler agiert als neutraler Dritter, was besonders wichtig sein kann, wenn emotionale Entscheidungen getroffen werden müssen, wie zum Beispiel beim Verkauf eines langjährigen Familienheims. Die emotionale Distanz des Maklers hilft, den Verkaufsprozess sachlich und professionell zu gestalten. Weitere Dienstleistungen von Immobilienmaklern Neben den klassischen Aufgaben bieten viele Makler zusätzliche Dienstleistungen an, die den Verkaufsprozess weiter optimieren. Erster Nachlassverwaltung Bei der Verwaltung von Nachlässen können Makler und Sachverständige eine wichtige Rolle spielen. Sie helfen dabei, den Wert der Immobilien im Nachlass zu bestimmen, den Verkaufsprozess zu organisieren und rechtliche Formalitäten zu klären. Dies ist besonders wichtig, wenn es mehrere Erben gibt oder die Immobilie verkauft werden muss, um den Nachlass zu regeln. Zweite Unterstützung bei Betreuungsgerichten Makler und Sachverständige können auch bei Angelegenheiten unterstützen, die Betreuungsgerichte betreffen. Beispielsweise kann ein Sachverständiger den Wert einer Immobilie ermitteln, wenn das Gericht eine Entscheidung über den Verkauf einer Immobilie im Rahmen einer Betreuung treffen muss. Makler können dabei helfen, den Verkauf abzuwickeln und sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt werden. Dritter Herichten der Immobilie Einige Makler bieten Dienstleistungen wie Homestaging an, bei denen eine Immobilie gezielt eingerichtet und dekoriert wird, um sie für potenzielle Käufer attraktiver zu machen. Auch kleinere Reparaturen oder Renovierungen können organisiert werden, um den Wert der Immobilie zu steigern und sie in einem besseren Licht zu präsentieren. Viertes Webdesign und Online-Marketing Moderne Immobilienmakler bieten häufig umfassende Online-Marketing-Dienstleistungen an, einschließlich der Erstellung von attraktiven und professionellen Immobilien-Websites. Eine gut gestaltete Website kann die Vermarktung einer Immobilie erheblich verbessern und dazu beitragen, sie schneller und zu einem besseren Preis zu verkaufen. Fünftens, Drohnenflüge und professionelle Fotos Um eine Immobilie aus einer einzigartigen Perspektive zu präsentieren, nutzen Makler zunehmend Drohnenflüge. Diese bieten beeindruckende Luftaufnahmen, die nicht nur die Immobilie selbst, sondern auch die Umgebung und das Grundstück besser zur Gültigkeit bringen. Hochwertige Fotos sind ebenfalls entscheidend für den ersten Eindruck einer Immobilie. Viele Makler arbeiten mit professionellen Fotografen zusammen, um sicherzustellen, dass die Immobilie in den besten Lichtverhältnissen und aus den optimalen Blickwinkeln dargestellt wird. Dies kann den Verkaufsprozess erheblich beschleunigen. Fazit Immobilienmakler bieten weit mehr als nur den reinen Verkauf oder die Bewertung von Immobilien. Sie unterstützen umfassend bei der Abwicklung von Immobiliengeschäften und bieten zusätzliche Dienstleistungen, die den Verkaufsprozess reibungsloser und erfolgreicher gestalten. Wer eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchte, profitiert von der Expertise, dem Netzwerk und den umfassenden Dienstleistungen eines professionellen Maklers. Ich hoffe Sie bei www.melliesimmobilien.de begrüßen zu dürfen. Haben Sie einen schönen Tag! Untertitelung des ZDF für funk, 2017